Yo, was geht ab, Leute? What's poppin' YouTube und willkommen auf meinem Kanal zurück zu einer weiteren Footdrop-Challenge. Es ist heute soweit. Wir haben das Ganze schon mal mit einem Backstreifen gemacht. Da hast du leider verloren. War auf jeden Fall korrekt, dass du durchgezogen hast. Ist der der erste Sitz, ja? Ist ja immer noch da, Bro. Ja, Bro. Ich wusste gar nicht, ich schwör. Und heute mit einer Chilischote, die eine Million Scoville hat, laut unserem Asiaten, unseres Vertrauens. Wir sind da hingegangen und sagen, wir brauchen eine Chilischote, die schärfste, die sie haben. Und die hier soll eine Thai-Chilischote sein mit einer Million Scoville. Ich hab eben mal so ein bisschen dran gerieben und probiert. Und man merkt es wirklich auf der Zunge, also es kribbelt so ein bisschen. Jungs und Mädels, wenn ihr in Zukunft mal wieder mehr Footdrop-Challenges auch mit Bestrafung sehen wollt, dann lasst mal ein Like da. Digi, du sagst nicht, wie du likest. Also für eine Million Scoville-Chili. Ich kann's ja scharf ab, du weißt das. Ich weiß, ich kann ein bisschen scharf ab. Das Problem ist, das brennt ja zweimal. Checkst du? Ja. Ich würde sagen, 15.000. Leute, strafft euch. 15.000 Likes. Safe. Ich glaub an euch, Jungs. Ich glaub an euch. Ich sag euch ehrlich, wird schwer. Entweder wird es dir ganz peinlich oder wir schaffen das als Community. Geht gar nicht. Lasst ein kostenloses Abo da und checkt auch mal Marlon's Kanal ab. Der hat jetzt auch mit FIFA gestartet, hat jetzt auch ein EA-Account Messi gezogen und so. Kommt heute online. Ja, das Video ist sogar zeitlich online. Ja, okay. Checkt das gerne ab. Okay, eine Sache gibt's noch. Schnick, schnack, schnuck, wer anfängt. Okay. Schnick, schnack, schnuck. Hä, warum sag ich mal Bier und nimm du? Du fängst dick ab, Bro. Du fängst dick ab. Bevor wir jetzt aber in den Video starten, nochmal eine ganz kurze Einblendung für meinen Partner Level Up. Denn heute um 18 Uhr gibt es diese Version. Bei denen im Shop plus mein Rabattcode Wakes wird auf 30% erhöht. Das heißt, ihr kriegt 30% Rabatt auf dem gesamten Warenkorb. Und diese Edition, wir haben sie eben ausprobiert. Schmeckt schon gut, ne? Die ist schon sehr, sehr lecker. Also ich finde sie besser als mein bisheriger Favorite. Wer hier? Deiner auch, oder nicht? DigiCocamo. Findest du nicer noch? Ja, die fände ich noch besser. Ja, ich teste erst. Bevor ich das sage, teste ich nochmal durch. Aber krass, dass du die schon besser findest. Ist so eine richtige Summer Edition, Leute. Das heißt, wenn es jetzt wärmer wird, mit Eiswürfel vertraut mir. Kommt zu wild. Aber DigiCocamo, äh, Camo, Galaxy Edition auch nice. Ihr könnt euch ja bestellen, was ihr wollt. Ihr kriegt 30% Rabatt mit meinem Code Wakes. Heute ab 18 Uhr. Schlag gerne zu. Link ist in der Beschreibung. Gönnt euch. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Chili-Video. So, Jungs. Formationen sind da. Ich hab auf jeden Fall sezentes Bauchkribbeln in meinem Bauch. Wenn ich an das große kleine Dinge denke. Sabbel nicht so viel und wähle deine Formation, Junge. 3-3 offensiv. 3-4-1-2-4-3-3. Zurückgezogen. 4-3-3 falsch für 9. Er nimmt die 4 Triple 2. Oh. Neymar ist dein Lieblingsspieler, ne? Ja, ich muss sie nehmen. Ich muss sie nehmen. Jürgen, du weißt schon, dass es your writing geht. Es ist egal. Was, eine Ehre, Mann. Neymar über Messi, obwohl sie auf den Spiel. Chili-Schote geht. Oh, dafür kriegst du jetzt auch einen Daka. Ja, den wollte ich haben, Bro. Bro, du weißt, du hast nur diesen Versuch, ne? Ja. Das heißt, dieses Neymar nehmen anstatt Messi ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Der Mann, der liebt mich. Der liebt mich seit gestern. Ich und M, wir sind so. 94er Messi, let's go. Nein. Let's go. Das ist nicht gerade passiert. Bro. Mach weiter, nerv nicht. Du hast ihn letztes Mal schon zu früh gefreut. Ja, okay. Ich hab mich bedeckt. Bro. Leute, das Ding ist. Ich bin ruhig. Drofts sind momentan so. Ihr denkt, es ist normal, dass man diese Spiele bekommt. Ist nicht mehr normal. Drofts sind so Quatsch geworden. Manchmal kriegt man ein, zwei gute Spieler so. Aber das war's dann auch. Und er hat jetzt schon ein, zwei gute Spieler. Und das kann noch besser werden. Eigentlich sieht es die ganze Zeit so aus. Ja. Momentan. Aber seit einer Woche erst wieder. Ja. Seit da, wo wir hochgeladen haben. Du kannst gar nicht reden und dabei ausreden und so, ne? Du machst nur noch voll Pause. Ich muss mich gerade konzentrieren, Junge. Ich muss mich viel konzentrieren. Ja, mach zu ernst. Okay. Ja, da ist eigentlich egal. Wobei ich... Hör auf! Deswegen muss ich die ganze Zeit unterbrechen. Du machst mich nervös. Warum? Weil ich damit rumschleudere, oder was? Soll ich die mal weglegen, sagst du? Ja, bitte. Okay. Danke. Alles gut. So. Also, Jungs. Ich bin nervös. Ich bin nervös. Jetzt... Ach, das war dumm. Ich hätte in Spanien gehen müssen. Ich darf nicht zu hektisch sein, Jungs. Ich muss mir Zeit lassen. Oh. Ich muss mir Zeit lassen. Oh. Ein Feini. Oh. Nee, oder? Ein Feini. Also, wen nimmst du? Das kann jetzt entscheidend werden. Das kann entscheidend werden. Das kann die Entscheidende entscheiden sein. Das kann echt entscheidend werden. Du hast noch fünf Sekunden. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Ich geh Risiko. Hä? Er hört sogar drauf. Wie cool. Ich geh das Risiko. Ich geh das Risiko. Corona-T. Tilo-Büro. Schalalalalalalala. Oh, Bernd Leno. Neuer. Auch wichtig. Oh, Bro. Krank. Okay, ist aber gut. Das heißt, er muss mit der Bundesliga gehen. Das Ding ist, ich habe gutes Gefühl, weil ich habe jetzt schon sehr, sehr schlechte Spieler bekommen. Ja. Ich hoffe, ist jetzt die Bank besser. Ja. Wäre wichtig für dich. Das wäre sehr, sehr wichtig. Champions League Navas. Ne, der hat auch gehalten wie eine Katze gegen Bayern. Das stört gar nicht. Das ist, glaube ich, ein Grießmann. Ja, ist schon schlau gewesen. Hätte ich auch gemacht wie einer Link. Yes. Plus Franzose ist schon wild. Carrasco. Bringt alles nichts, ne? Ne. Ne, den Mann. Oh ja, Sabal. Miesig. Digga, 89. Hilfe. Bro, wenn du ein 189er brauchst, dann bin ich vielleicht schon so, ne? Puh. Bro. Aber jetzt muss ich nachdenken. Cole oder Dejea? Warum? Weiß ich auch nicht. Wegen Spanier. Ne, ich nehme Cole. Normal. Machen wir so. Gibt der sogar nochmal plus eins. Oh mein Gott. Sterling. Foot Birthday. Foot Geburtstag. Krank. Ja, ne, mit Philbank. Ey, Hilfe. Ich hoffe einfach, du kommst nicht auf Full Chemie, ne? Das ist so die einzige Chance, die ich habe. Danach muss ich nur auf Full Chemie gehen. Das ist das Geile, weil ich viel schon gewonnen habe. Das ist nicht cool. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Der Mann muss hier noch raus, am besten. Komm, bitte eine Eichen-Innverteidiger. Eichen-Innverteidiger, dann... Darf nicht. Das ist das Ding gegessen. Darf nicht. Doch, darf. Das darf auf jeden Fall. Jungs. Das muss sogar. 87, ja, nehmt wir. Dann haut du mit. Komm. Bitte. Ey, ihr merkt, ihr wisst gar nicht, wie ich angespannt bin, weil schärfe ich... Also, ich kann so ein bisschen scharf essen, so beim Döner ganz, ganz selten nehme ich mal ein bisschen scharf. Aber eigentlich ungern. Und wenn ich hier dann denke, dass ich die gleich... Wie viel machen wir überhaupt? Eine ganze oder halb? Einmal schon richtig abbeißen, ne? Einmal schon richtig abbeißen, so. Jetzt kommen wir zu... Und ohne ausspucken, also runter schlucken. Bitte, ey, bitte. Bitte, ey, bitte, ey, Bro. Bro, Bro, nein. Wir müssen auf Chemie gehen, obwohl das aber auch schwierig ist. Weil wenn du 187 hast mit 99, ist es auch schon nicht so einfach vielleicht. Ey, Mann, ich hoffe, du kriegst diese Schillie zwischen die Kino. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. So Bock darauf. Das geht nicht, das geht nicht. Das geht nicht, das geht nicht. So Bock darauf. Okay, wir geben ihn nochmal. Let's go, Junge. Let's go. Wir geben ihm nochmal kurz ein paar Sekunden, wollt ich sagen. Let's go, Junge. Wir machen einen Cut und dann loggen wir gleich ein. Lock das Ding ein, wenn du ready bist. Ich logg das Ding ein. Okay, Manager ist jetzt ja scheißegal, nimm einfach den goldenen oder wen du willst. Der ist hier ein paar Pater. 188, GG. Ich frag den was. Danke, Bro. So, dann gebe ich dir die mal kurz rüber. Ja. Und dann geben wir... 188er! Wieso? Ich weiß nicht. Wegen Manager oder was? Anscheinend schon. Hä? Jungs, was? Er cheatet. Er cheatet einfach. Ich halte mich bedeckt. So, Jungs und Mädels. Mein Versuch. Die Formationen sind jetzt nicht so geil. Ich schwöre sogar, die sind nicht geil. Hattest du die 3421? Das ist die 343, ne? Die 343 ist besser. Ich nehm die Fünferkette, Digga. Ich snack mir die Fünferkette, Leute. Ich snack mir die Fünferkette. Und hol mir erst mal... Einen Neymar. Auf Linksverteidiger. Bro, das ist schon dreist, ne? Eigentlich. Aber ich mach's einfach. Warum nicht? Ey, Hilfe! Das kann nicht sein, Mann. Ich brauch ein 189er Minimum. Du brauchst dich gar nicht so freuen, Junge. Was will der von mir? Das ist so, als wenn er die gerade abbeißt. Ja, Mann. Er weiß. Ey, was passiert hier? Aber so willst du auch gleich machen. Boah, Richi. Richarlison, Suarez. Bro, ich muss Richi nehmen. Leider Gottes. Und muss jetzt Pelé bekommen. Weil wenn jetzt schon kein Pelé kommt, kann ich eigentlich schon... Eintweeten. Eintweeten. Oh! Pfff! Bro! Ich nehm Sisu. Ich nehm Sisu. Was? Ich muss Sisu nehmen. Aber Pelé hat sogar einen Ratingpunkt mehr. Und das ist kacke, weil ich hätt die beide einzeln bekommen sollen. Das wär geil gewesen. So bockt ja nicht. Nee, so ist gut. Ich kann ja nur einnehmen von den beiden. So ist cool. Egal, richtig. Das sind schon kranke Spieler, die ich bisher habe. Und es geht mit Aua weiter. Der linkt sogar zu Zidane grün und zu Neymar orange. Was passiert hier? Bro, ich brauch 190er oder so. Nein! Doch, das kann auch wieder gut werden. Das ist auch wieder super. Bernardo für Silva, ZM. Perfekt. Bro, was passiert hier? Oder Pogba. Pogba, Grün, Link. Drei Rating-Punkte. Ne, ne, da gehe ich Risiko. Da kenne ich nichts. Da bin ich Risiko-Wax. So, okay. Kane, sieben. Richie, zehn. Ja, ein bisschen Schimmi fehlt mir da noch. Auf jeden Fall. Wanbisaka. Wanbisaka, Sergi, Roberto. Da bleibe ich bei Wanbisaka, weil hier kriege ich jetzt eh Premier League Van Dijk, Totti. Ah, Hinteräger, Bro. Guck mich nicht so an. Du brauchst gar nicht so gucken. Der braucht gar nicht so gucken, Digga. Er hat auch Klatschen nie gepasst. Er hat so, er macht gerade, boah, behindert scharf. Ja, das gefällt dir gerade sehr, sehr gut. Gar nicht gut. Real Talk, 0% gut. Okay, Scheiße wird genommen. Wie spricht man den aus? Scheiße. Ja, ne? Super. Nein, Verteidigung war nichts. War Schuss in den Ofen. Sag ich dir ehrlich, wie es ist. Schuss in den Ofen? War Schuss in den Ofen. Heißt das so? Pokémon, ja. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Aber Alisson kommt krank. Alisson, wel? Ich sag dir ehrlich, 89, nach der Startelf, Hinteräger noch raus. Geht Premier League rein oder so. Neymar vielleicht noch raus. Dann kommt man da schon auf ein bisschen Chemie. Ja, das hört aber nicht auf. Eigentlich musst du ein 190er bauen. Eigentlich ja. Bei 189er wäre Gleichstand, ne? Wäre echt nicht so geil. Okay, das hier bringt, glaube ich, alles nichts, sag ich, mit Mohammed. Mohammed, 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 Salah. Hast du das von Haaland gesehen? Ja. Wo er davor gejubelt hat und so ein Dings, Dahoud, er sagt, Mohammed, Mohammed. Ich habe noch nie jemanden so krank den Namen aussprechen können. Aber ein Haaland. Sehr, sehr schwer gerade. Hier kommt nichts. Ey, Digga, hier kommt einfach nichts. Das bockt nicht. Ich schwör, das bockt nicht. Ich brauch Chemie. Also ich muss sagen, Berge bei dem Mann. Ach, das ist ja sein Nachname, ne? Stimmt. Ich würde sagen, da waren die Eltern auf jeden Fall einfallsreich. Berge. Die haben bestimmt in Bergen gewohnt. Ja, also das gefällt mir hier gerade, ne? Gefällt mir sehr, sehr gut. Gar nicht. Wieso gibt er hier so viel Serie A? Ja, ist mir egal. Hat nichts zu diesem Team zu tun. Sehr gut. Die Le Mans, den brauchst du, glaube ich. Ja, guck. Plus 3. Aber mache ich noch nicht. Ey, ich habe 85 Chemie. Wo ist die Chemie, Junge? Sehr gut. Casemiro, Mann, ne. Sehr gut. Scheiße, Leute. Ich habe nicht bedeckt. Scheiße, was brauche ich denn eigentlich? Ich brauche eine Innenverteidiger-Icon oder so. Ich schwör, ich brauche eine Innenverteidiger-Icon. Sonst wird das hier nichts. Bobby. Bobby Firmino bringt nichts. Der NBD bringt auch nichts. Aspas bringt auch nichts. Bringt alles nichts. Nö. Bobby hat sogar das höchste Rating. Ohne Sinn. Okay, Brasilianer. Vielleicht bringt er ein bisschen doch. Plus 2. Aber Minus. Ey, Digga, das bockt gar nicht. Doch, doch. Das bockt richtig. Das ist riesig cool. Doch. Das bockt ehrlich nicht. Das ist sehr gut. Scheiße, Mann. Und das wird gar nichts. Das sieht man schon an der Animation. Hast du Flatti? Ich habe so Flatti. Unglaublich Flatti. Hör mal auf, Mann. Du weißt, ich hasse Schabe. Oh mein Gott, jetzt kommt der nochmal. Aber das bringt nichts. Das bringt was fürs Rating, ja. Aber das bringt nichts für in... Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Das hat das Blatt jetzt nochmal komplett gewendet, ne? Das Blatt wendet sich, Marlon. Blatt wendet sich hier. Das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Auf meiner Seite. Ja, Junge. Bitte hier, ey. Also spannend war es noch nie, Freunde. Seid ehrlich. Bro, das ist so spannend gerade. Krank. Ich habe sehr, sehr Flatti. Das ist der letzte Spieler, der es entscheidet. Vielleicht kann ich noch irgendwie umbauen. Drück, Junge, drück. Ja, Junge. Warte mal, chill mal, chill mal, chill mal, chill mal. Kacke ist am Dampfen. Wieso spielt der auch nicht mehr in der Premier League? Der hat eine Premier League 87er Karte, Mann. Hm? Was? Warte, warte. Ich stelle noch was um. Ich kriege das hin. Ich kriege das gebacken. Ich kriege das irgendwie gebacken, Freunde. Was ist das? Ich baue kurz um. Wir machen einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Eine Ewigkeit später. Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bleib, 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 bleib. Nein, er bleibt aber nicht. Doch. Was? Er bleibt. Und somit haben wir beide 189er. Bro, ich habe mich so gesaved. Ich habe mich so zurückgecampt. Ich habe mich so krass zurückgecampt. Guck mal, ich habe Zidane im Spiel und Zidane als Trainer. Und so locke ich ein. Ey, wir müssen irgendwie jetzt was machen. Was machen wir? Pack entscheidet. Pack? Pack entscheidet. Highest Rater. Highest Rated Spieler. Hast du mir? Nein, nein, nein. Alle, die im Live-Streams, stimmt, da klingelt es gerade. Alle, die im Live-Stream dabei waren, Tim wollte... Cut, cut. So, Jungs, jeder zielt ein Pack und dann gucken wir einfach... Wir machen einfach ein höheres Rating, was rauskommt. Hier, fang an. Hä, du hast Schickshack schon verloren. Ich habe eben angefangen. Mir lags, du fängst an wieder. Ich hab das dropped, du fängst an. Jetzt nochmal Schickshack, 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 schickshack. Jungs, das Ding ist, ein Pack von EA kann gerade darüber entscheiden. Ich ziehe mit Coins, ey, auf die Däger, meine armen Coins. Es ist 83 plus wichtig. Inform gibt es plus zwei, ne? Nein. Ich schwöre sogar. Was? Der Mann erfindet neue Regeln. Ich schwöre sogar. Wiegt nicht. Inform gibt immer plus zwei. Nein, 82er. Nein, nein, nein. Doch. Hey, das macht doch gar keinen Sinn. Dahinter ist jetzt noch ein Highest Rated. Du meinst, der angezeigt wird. Ja, aber Inform kriegt plus zwei. Was? Warum? Ich schwöre sogar, kriegt plus zwei. Nein. Nein, 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 nein. 100 Prozent. Dann müssen wir nochmal machen. Warum? Ja, okay. Hä? Hä? Was? 82 Rated. Nein, 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 nein. Da bin ich draus, Digga. Da mache ich nicht mit. Vielleicht siehst du eh die Besseren. Innen vom Krieg plus zwei, wenn nicht sogar plus drei. Special Karten immer ist. Und, ja. Ich habe so oder so gewonnen. Du hast nicht mal 83er. Selbst mit dem 82er habe ich gewonnen. Einer? Nein, nein, nein. Ich glaube, Jungs, die können dir keine. Keine, keine. Ich brauche nicht mal diese Phase-Upgrades auf der Info. Du hast sogar so verloren. Okay, Leute, wir kommen zur Bestrafung, fühle ich. Ich habe jetzt Milch geholt. Wir machen aber so, du darfst 30 Sekunden erst mal keine Milch trinken. Du musst es erst mal wirken lassen. Ich mache sogar Stoppuhr. Der Mann erfindet immer neue Regeln. Ist doch cooler, oder nicht? Wenn du direkt trinkst, ist es langweilig. Ja, das ist cool cool. Wenn du abgebissen hast, mach die Uhr an. Du musst aber direkt kauen und runterschlucken. Nicht umkippen, Digga. Ich kenne dich voll. Guck mal, wie die wackelt. Ja, die wackelt cool. Okay, Bro. Okay, meine letzten Worte. Eine Mioskow. Eine Mioskow. Thai-Chili heißt die. Meine letzten Worte. Es war unlucky. Ich spiel. Ja, Bro, das war einfach einfach. 20 Sekunden, muss ich doch gedulden. Zeig mal. E-Digga. Guck mal in die Kamera. Du warst hier so rot. Oh mein Gott, Digga. Guck mal. 4, 3, 2. Oh mein Gott. Oh, ich wurde das. Ja, du warst schon mal verschlucken. Guck ich dir die an, Digga. Aber du hast auch einen guten Biss genommen. Der Team hat dir keine Knar. Jogi, du dummer Idiot, Mann. Jetzt ist Milch auf meiner scheiß Tastatur und überall. Das geht in meine Tastatur gerade. Bro, das brennt so. Das ist so scharf. Okay, Leute. Ey, Jungs. Das ist so scharf. Ich würde sagen, Marlon wollte 15.000 Likes sehen. Ein Like bedeutet ein Mit-Like. Lasst ein kostenloses Abo da und checkt sein Video ab. Er hat Messi gezogen und richtig viele andere gute Spieler. Ist in der Beschreibung verlinkt. Ich lasse ihn noch ein bisschen leiden. Wir sehen uns dann, Freunde. Du hast ja Schlusswort. Hat es boh? Ja? Ich lasse ihn noch ein bisschen. 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 Vielen Dank.